Ein Ford S Max steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in diesem schwarzen 5 Thüringen Bind Platz. Der Venn bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Einparkhilfe und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 140 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 5,3 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 29.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Auf Samson Wellensk Quickly. Da, ich kann gerne Ihre Fragen.